Ja, moin zusammen und willkommen zurück zum Bonus-Kapitel von Silent Waters. Ja, unsere Angebetete ist leider gerade in dieses Haus entschwunden und wir müssen da wieder hin und also ihr nach, um zu gucken, ob es ihr gut geht und ob sie unseren Tod denn verkraftet. Was? Ja, ist wirklich so. Nun, was mache ich denn jetzt mal? Okay, kann ich hier irgendwas? Das kann ich nicht wegfummeln, ne? Ja, 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 ja. Gut und da kann ich leider auch nichts mit anfangen, was sehr betrüglich ist. This candle could be useful. Ja, indem wir die näher da dran bringen, aber das scheint ja nicht möglich. Nun, okay, was kann man noch machen? Hier ist, ja, kann ich das aufklaufen? Ja, das kann ich auch fummeln. Okay, das ist schon mal super. Dann nehmen wir nicht diese Dose, die flammable ist, sondern nehmen halt eben diese. So, okay, cool. So, und jetzt? Na, und? Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ne, das hat immer noch nicht gut geklappt. Das klappt ganz bestimmt nicht gut und hier klappt es jetzt auch nicht so gut. I need help with this. Allerdings, mit so vielen Dingen. Aber, ey, okay. Ich meine, das hält ja auch nicht ewig, ne? Aber hier will er wirklich nicht. Nein, hier will er absolut nicht. Na gut. Hm. Hier ist jetzt nichts mehr. Äh, I won't budge. I can't believe it. Witzig. Haha. Aber was ist? Okay. Hallo? Wie geht's denn weiter? Ähm, oh, warte mal. Den könnte ich anzünden. Tatsächlich? Der lässt sich auch... Oh! Oh, da ist schnell zu Staub zerfallen. Und guck mal, was hier drin ist. Erstmal das und hier kann ich irgendwas scharpen. Und was ist das? Vorsicht nicht anfassen, weil da ist ein Messer drin. Ne, was ist denn das hier? Doch, es ist ein Messer, ne? Na, ich kann ein Messer hier schärfen. Na, wer hätte das gedacht? Okay. Nun, dann gehen wir mal hier hin. Lalalala. Ja, zum Glück sind da nur zwei Schrauben drin. Das ist... kommen mir sehr entgegen. Okay, das Blatt, das kommt nicht hier hin, sondern das kommt... wo... da kommt das Blatt hin? Na, ein Schlüssel und irgendwas... was... 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 what's being... what's good being a ghost where you can't see in the dark. Nun... jo... das ist blöd, ne? Gate Key. Ne, immerhin kommen wir einen Schritt weiter. Okay, was haben wir hier? Oh, Dinge. Okay, was soll ich machen? Ich brauche hier alt... connect the gears to fit the mechanism. Ah, die kann ich alle verschieben. Okay, cool. So, dann dreht sich der schon mal. Was ja erstmal nicht schlecht ist. Okay, der dreht sich auch. Ah, der hat nicht so gut funktioniert, ne? Vielleicht ist es auch gar nicht der hier. Sondern... eben ein anderer. Ne. Okay. Okay, warte mal. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass der hier bis dahin rennen kann. Okay. Aber ich muss vorher den hier irgendwie da hochbringen. Und der bringt hier unten jetzt auch nicht so... so viel. Also, warte mal. Den da... ne, aber dann kriege ich den ja nicht mehr rüber. Das ist blöd. Und auf halber Strecke anhalten ist nicht, ne? Hm. Das bringt gar nichts. Das ist cool, bringt aber gar nichts. Ähm... Okay, also muss der wohl da bleiben. Dann will ich den tatsächlich mal dahin setzen. Was auch nichts bringt. Ah, shit. Ne, das wird nichts. Okay. So, vielleicht. Und jetzt den dahin. Und dann den dorthin. Und den darüber. Und es bewegt sich nicht. Zu schade. Und jetzt bewegt sich der. Ah, guckste. So geht das nämlich. So. So, wo sind Ihre Bauken? Da hinten. Sie haben gewartet. Hm. Follow the criminals. Come back, you codes. Ja, allerdings. Hier unten ist noch irgendwas. Warte mal, was ist nämlich ein bisschen... too much to tie? I can't take it out. Was? Äh, is there something between? Und is there something in beneath? Ähm... Gibt es hier denn auch... Oh, hi. Hallo. Bees. I'm still allergic to them. Du bist schon tot. Toter geht's nicht. Ähm... Warte mal. Ah, haha, gut. Alles klar. Gut. Okay. Äh... It's hot. Even for Ghost Center. Ja, deswegen haben die da oben den Griff dran gebaut, damit du es nicht direkt anpackst. Okay. Und... Oh, hier. Da. Hm. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnte, aber ich finde das mega cool, dass die das eingebaut haben. So. Da ist... Ach, guck mal. Nee, der gehört nicht dahin. So. Water control device for found. Hm. There is a basket beneath the water. Allerdings. Und was haben wir hier? Ah, wie gut, dass das da rumhängt. Oh, nein. The leaves are too heavy and too wet for me to push aside. Okay. Schade. Kann ich denn hier mit irgendwo dran rumbuchen? Das geht leider nicht. Ähm... Okay. Kann ich hier den rausfischen? Auch nicht. Kann ich... Äh... 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 Ne... Weiß ich auch nicht. So. Hier kommen verschiedene Sachen rein. Guck mal. Das kommt nicht. Hallo? Ich bin ziemlich... Doch. Ach so. Das kam da oben rein. Oh. Okay. Äh... 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 Gates cross shape. Luck is gone. Hier ist ganz viel gone, wenn ich das so richtig sehe. Hm. Und da... Äh... Es ist sowas von kaputt. Oh. Okay. Es ist aber sowas von kaputt. Wie könnten die hier nur rüberkommen? Das funktioniert nicht. One of the gears is missing. Tja. Nun... Kann ich... Ah, das habe ich schon probiert, ne? Ja. Habe ich das auch schon probiert? Ne, das habe ich noch nicht probiert. Aber immerhin... Yes! Ein Messer. So. Und das sollten wir doch jetzt hier so schärfen können, ne? Wieso ist denn das so... Ach nee, das ist doch rostlich blutig. Gut. Und da kommt auch noch was rein. Hm. 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 Hier, warte mal. Kann ich das Ding damit jetzt abschnibbeln? Kann ich nicht. Warum nicht? Das geht doch bestimmt. Na. Okay. Dann nicht. Hm. Da komme ich ran. Aha. Na nun. Okay. Und das nehme ich auch mit. Und sonst nehme ich nichts mit. Ein Paper Piece. Und Seeds. Oh, warte mal. Die Seeds. Da sollte doch unser Vogel drauf reagieren, oder? Hier, guck mal. Komm. Putt, 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 putt. Ja. Danke sehr. Schnell krabbeln, bevor er es sich wieder zurückholt. Gut. Und jetzt kommst du da rein. Da ist eine echte Uhr drin. Aha. I hate alarms, especially in the morning. Hm. Kann ich gut nachvollziehen. It's my pleasure to take this one apart. Was? Oh. Sieh an. Okay. Damit kommen wir an dem Gate. Immerhin. Ne, nicht an dem Gate. An dem Gate. Ein bisschen weiter. Na ja, siehste. Uh. Wo kommst du denn auf einmal her? Aber du bist nicht dafür gedacht, ne? Nein. So. Kann ich damit das Ding rausziehen? Das geht. Hervorragend. Und sieh mal an. Da ist doch noch was drin. Warte, warte, warte. Guck mal. So. Ah. Du auch, ne? Ist da noch was? Oh. Okay. Eins von sechs. Warte. Ne, wie mach ich das? Ach, ich muss erst alle sammeln, bevor ich die zusammenstecken kann. Hm. Da ist ein Rack drin. Kann ich mit dem Rack hier irgendwo dran rumwischen oder so? Nein, leider nicht. Äh, kann ich hier mit dran rumwischen? Ne, im Acker auch nicht so gerne. Da natürlich auch nicht. Äh, da oben vermutlich auch nicht. Kann ich die nicht einfach über den Bienenhaufen? Ne, keine Ahnung. Und hier? Hm. Ja, jetzt auch nicht. Ne, auch nicht. Okay, was machen wir denn jetzt noch damit? Auch hier vielleicht so? Auch nicht. Anzünden? Nein. Hä? Okay. Ich kann es einfach, da ist doch was drin. Fummeln wir es einfach raus. Das ist ein Hebel. Ich sehe es genau. Hm. Okay. Nässen konnte ich es aber auch nicht, ne? Nein, geht nicht. Hm. Okay. Ach so, halt. Aber hier oben vielleicht. Das geht. Klasse. Jetzt kannst du es so tragen. Laterne. Sehr schön. Ähm, da hinten. Und dann hier rein. Ja. Guck mal der Hebel. Na, sieh mal einer an. So, du kommst da rein, ne? Ja, genau. Wow. Rums. So, got it. Time to follow these bastards. Idiots. Why did you kill him right before her big job? Now we'll have to get rid of the witnesses. Okay, boss. Let's work fast and quiet. Oh, no. I may be a ghost, but I'll stop here and get to the hotel, neutralize the criminal and call the police. Auf jeden Fall. Die wollen unsere, unserer Freundin was antun. Ich glaube, es geht los. Halt. Nee, das ist nichts. Okay. Das könnte ich rausziehen. Aber es ist jammed into the box. Und hier sind noch mehr von den Dingern. Und hier the lock is gone. Ach, das ist wieder alles im Eimer, ne? Da oben. Das W ist gone. Man made a good rig. Und hier komme ich nicht dran. La, 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 la. Hey, Vögel. I wish I could scream. I would scare this bird. Oh, okay. Den haben wir schon mal am Start. Dich nehme ich mit. Cool. Dich nehme ich nicht mit. It might be a good repel. Nee, 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 nee. Geht aber nicht. Okay. Open kann ich auch nicht. Na gut. Was ist denn hier? Oh, auch kaputt. Ich glaube es ja wohl nicht. With a chain lock. Time to find a chain. Mhm. Aber wir sollten hier vor allen Dingen erstmal noch was anderes finden. Oder? Gibt es hier noch mehr? Nee. Also hier zumindest nicht. Warte mal was ab. Nee. Ach, da komme ich gar nicht dran. Okay. Ja, in Ordnung. Hm. Nee, ich komme mal nur wieder dorthin zurück. Ja, dann nicht. Na gut. So, was kann ich hier mal mit dem Stein machen? Hier ist doch ein Stein. Aber it's much too tight. I can't take it out. So, nee. Wird nix. Ähm. Nee. Hm. Nee, nicht so wirklich, ne? Was können wir da mal mit dem Stein machen? Nix. Ähm. Hey, ich werfe den Stein jetzt endlich mal da dran. Nein, auch nicht. Auch nicht. Mensch. Mensch. Irgendwas ist da noch, ne? Irgendwas werden wir noch damit tun können. But I get rid of it. Ja. Aber ich weiß noch nicht was. So. La 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 la. La 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 la. Du bist jetzt... Ach, der kaut immer noch. Hier. Zack. Nee. Nicht besonders tierlieb. Okay, aber was kann ich denn da machen? Ähm. 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 Drauf rumhauen? Doch. Echt drauf rumhauen? Habe ich das nicht eben schon probiert? Naja, gut. So. Ähm. Dann machen wir nix weiter. Wir gehen erst mal zurück. Und dann hier. Und dann da. Läuft. Yes. Du kommst mit. Du kommst mit. Oh. Crestparts. Okay. Ja gut. Da gucken wir ganz am Ende noch mal hin. Once I get the key, I'll trigger the alarm to call the cops. Und mehr ist nicht. Okay. So. Warte mal. Du kommst doch hier hin. Ja. Mhm. Ein. Okay. Ja klar. Das ist für ganz bestimmte Dinge. Untersuchung. Aber das geht auch. So. Sonst nix. Gut. Hier. Tü-tü-tü. Fantastisch. So. Hat uns das jetzt eben. Oh. Wir haben Fehlern bekommen. Äh. Was kann ich denn mit Fehlern machen? Hm. Irgendwas rauskitzeln? Nee. Da oben? Nee, natürlich nicht. Hm. Nee. Was kann ich denn jetzt hier mal wegkitzeln? Äh. Oh, warte mal. Das könnte funktionieren. Nee. Tut's nicht. Das hier. Das funktioniert? Ernsthaft? Hm. Da ist sich aber ein bisschen angestellt. Kann das sein? Nur so ein bisschen. Okay. So. Hier hinten. Äh. Du kommst da hin. Interessant. Okay. Einen Stock. Aber mehr gibt's nicht. Das Ding ist leider schon im Eimer. A Handle. Ja. I have to find the missing piece. Hm. Warum hatte ich denn das zum Handeln? Ich bin nicht sicher. Oh. Da geht's nur dahin. Okay. Ja. Schon gut. Wo brauchte ich denn? Ach. Hier oben brauchte ich den Handle. Da. Yay. Eine Hake. Damit solltest du jetzt aber... Komm. Das kriegst du hin. Ich bin sicher. Du schaffst das. Ich bin so stolz. Also gut. Wir gucken doch mal. The Crest. Ja. Guck mal. Ein paar Sachen sind dazugekommen. Drei fehlen noch. Hm. Das schaffen wir schon. Äh. Achso. Hier gucken. Ne? So. Die Box nehmen wir mit. In der Box ist was. If I find a crowbar here. And I open it. Wieso? Aber hat doch funktioniert. Was ist das? Wooden Handle. Wir haben doch gerade erst einen Handle gekriegt. Ist das hier? Ne. Hä? Wofür ist das denn? Hm. Okay. Hm. Weiß ich nicht. Ne. Wir haben doch gerade erst den anderen da bekommen. Ach hier. Da. Guck mal. So geht das. Andersrum drehen. Menno. Screwdriver. Cool. Hat man schon irgendwas für einen Screwdriver? Hier nicht. Hier fehlen die Dinger. Ne Missing Dings da. Hm. Kann ich da noch rumprokeln? Ne. Ich könnte da auch. Ne. Kann ich nicht. Ne. Soll ich nicht. Na schön. Na schön. Na schön. Was kann ich denn jetzt hier mal wegscrewen? Das sind doch nicht die richtigen Schrauben, oder? Ne. Natürlich nicht. Und sonst liegt hier nichts herum. Tja. Das ist ja jetzt blöd. Und hier ist auch nichts weiter. Was kann ich denn jetzt wegscrewen? Naja. The missing piece. Ich glaube kaum, dass ich den Bienen da irgendwo... Nein. Ne? Du hast Spaß, ne? Hm. Ja. Sehr Spaß. Ähm. Ist das hier festgeschraubt? Ne, ist es nicht. Okay. Nix, 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 nix. Okay. Was mache ich mit dem Screwdriver? Das ist ja schließlich das Einzige, womit wir jetzt hier weiterkommen, ne? Da hinten. Hier. Oh, warte mal. Einbrechen. Tatsächlich einbrechen. Unglaublich. Okay. Das können wir nehmen. If I replace the Lure, I can't seat the bag. Ja, da ist ein leckerer Pizza drin. Oh, I can't do anything without a key here. Schade. Äh, 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 äh. Hm. Will nicht. Na gut. Okay. So. Aber ich muss erst mal zurück ins Tor. Da. Guck mal. So. Was ist hier drin? Ah. Da ist ja die Crowbar. Allein. Was mache ich jetzt damit? Hier finde ich, ne? Nein. Hm. Kann ich das Nest runterschubsen? Nein. Ich hätte, hätte dieses, dieses Metallding da längst runterschubsen können. Aber, hey. Ach. So. Hier. So da dran. Nee. Will nicht. Hm. Nee. Lässt er mich nicht. Hm. Kann ich hier irgendwas aufbrechen? Nö. Nö. Geht nicht. Ach. Ich habe jetzt Lust auf Pizza. Hm. Okay. Hier kann ich vermutlich auch nicht dran rumgurken. Okay. Was soll ich machen? Hier braucht es das W. Aber nicht aufdingsen. Nein. Ich würde diese Leiter da gerne runterfummeln. Aber. Nun. Es scheint mir nicht vergönnt. Okay. Was soll ich tun? Äh. Nee. Hier ist nix. Das haben wir schon ausprobiert. Die Crowbar. Da haben wir sie hergeholt. Und hier ist. Kann ich dann mit der Crowbar das hier wegbringen? Ah. Das hat funktioniert. Okay. Cool. So. Jetzt machen wir in die gute Stube. Oh. Where are you? I hope she's safe. Hm. I need to attract the police attention in this room. Time to get a big bang theory. Was? Time to test the big bang theory. Na komm schon. Das ist aber nicht. Nein. Okay. Suchen wir es mal alles ab. Da fehlt wieder was dran. A ring. Jawohl. Und da hinten. Ein Schalllüssel. Und hier. Ah. Da haben wir ja den Schlüssel. 27. Leute. Das wird noch was. Das wird noch was. Okay. Warte mal. Hier. So. Oh. Okay. Bäh. Da kommt. Greif einfach drum herum. Komm schon. Du kriegst das hin. Hm. Okay. Das geht wohl nicht. Gut. Irgendwas mit dem Gepäck. Ne. Da komme ich immer wieder nur dort hin. Das wird nix. Hupsi. That wasn't me. Ne. Das ist mein Spruch. Außerdem. Wieso ist hier ein Flur. Ein ewig langer Gang. Wenn da überhaupt keine Türen sind. Das ist doch. Muss das so? Hm. Ähm. Warte mal. Die Flieger. Das ist aber nicht in Ordnung. Das ist aber nicht in Ordnung hier. Ne. Okay. Kannst du dir doch nicht die ganzen Fliecher hier vergiften. Hm. So. Ah. Du kommst gar nicht da dran. Wo kommst du dann hin? An das Tor? Ja. Du könntest an das Tor kommen. Juhu. Oh. Ein neuer Bereich. Herrlich. So. Oh. Was? He went in a perfect place. Was? Freeze? Why I'm screaming. They can't hear me because. But I can make my presence felt. Mhm. Das sieht hier aber so ganz anders aus als vorhin. Neulich. Bleh. Aha. Akut. Was? Echt? Akut dress? Okay. Ich muss es nur loskriegen. Cool. Das sieht hier schon ein bisschen anders aus, ne? Hier stand auch noch der Sarg. Und hier braucht es noch ein B. I can pry this up. It's too heavy for me. Okay. Gut. Da hinten. Immerhin liegt hier das Dreieck rum. Okay. Das und da ist noch was drin. Hi. I get lost without a map. Tja. Die picken wir ja gerade zusammen. So. Das Dreieck. Das kam hier am Brunnen rein. Okay. Und es wird gewimmelt. Herrlich. Seven flute bell frog boat. Seven flute bell frog boat. Da kann ich irgendwas machen. Bell. Da ist eine 3. Zählt das auch? Bell frog boat. Frag seven flute. Snail. Drei Coins und drei Marple Leaves. Coin. Coin. Marple Leaf. Marple Leaf. Das ist auch eins. So. Oh. Noch ein Coin. White Water Lily. Was? Da sind mehrere White Water Lilies. Muss ich die anderen auch noch? Ne. Die anderen brauche ich nicht. Das ist irgendwas anderes. Moth. Snail. Und Coin. Coin. Äh. Snail. Wo kann ich denn was abschneiden? Hier oder da? Äh. Ne. Da kann ich irgendwas machen. Oh. Okay. Ja. Gut. So. Und hier. Den Ring da weg. Tuckeln. Okay. Gut. Brauche ich nur noch Moth. Wer ist denn Moth? Moth. 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 Ah. Da. Yeah. Great work. Hey. Ich freue mich auch. Ähm. Ein Ring. Oh. Das könnte sein der Ring. Hier in der. Ähm. Hier. Kann das sein? Guck mal. Mit Rot. Ja. Natürlich. Passt immer zusammen. Ah. Sehr gut. Und das nehme ich auch mit. Okay. Ähm. Ähm. Ich nehme mal nicht an, dass das hier funktioniert. Nein. Natürlich nicht. Ähm. Hier geht auch nichts. Ne. Das brauchen wir für den Free Tove. Und dann. Äh. Wo war das noch eingeklemmt? Nicht hier. Hier. Da. Sieh mal einer an. Oh. Der Schlüssel. Wie kommt der denn hier her? So. Schlüssel. Aha. Aber hier kann ich immer noch nichts mitmachen. Ne. Tütüt. Das wird auch nichts. Ähm. Box Wrench. Box Wrench. Box Wrench. Nein. Hier für? Nein. Ach. Das ist für. Ja, ja. Ich weiß. Hier unten. Da. so nämlich. Herrlich. Hast du ganz klasse gemacht. Uh. Ähm. Hotel Symbol. Der kam an die Rezeption. Ne. Hier unten, glaube ich. Ja. Okay. Isolierwand. Sehr gut. Damit können wir jetzt hier das isolieren. Oh. Wir brauchen sogar noch mal. Cool. Fünf von sechs. Das braucht noch einen. Oder? Ja. Ja, es braucht noch einen. Schade. So. Noch ein Elektro-Tape. Und Schizzle. Schizzle. Irgendwas ist hier. Track the police. Ne. So nicht. Hm. Okay. Wo? Hm. Hier nichts. Da nichts. Hm. Was kann ich da mal wegschizzeln? Hier kann ich nichts wegschizzeln. It's too heavy for me. Ach. Das nehme ich. Ah. Ja, 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 ja. Ja. Okay. Ja. Warte. So. Und dann hier umhin. Klar. Umgedreht ist das natürlich. Da passt das. Uh. Okay. Und hier braucht noch den Königsschlüssel. These are keys for all these holes. Das klingt färglich. Okay. Info. Place the match pieces to the places to restore the plan. Natürlich. Nein. Du dorthin. Du hier. Na ja. Geh mal ruhig da hin. So. So. Und so. Und so. Na guck. Ist das dasselbe Labyrinth? Nächster anderes, ne? Oh. Stick together. Natürlich. So. Gut. Und jetzt sollten wir auch in die Crypt gehen können. Da. Und dann hier. So. Ja. Ist ähnliches Konzept. Okay. Wir können. Also wir müssen auf jeden Fall hier hinten lang. Ist nur die Frage, ob wir da lang müssen. Oder hier. Ich versuch's mal mit rechts. Ja. Ich versuch's mal mit rechts. So. Okay. Ne. Warte. Ne. Hä? Wieso? Ne. Wieso ist denn da lang gegangen? Geh mal zurück. Geh mal backwards. Wir geben backwards. Hä? Reset. Okay. So. Ach, weil da zwei sind. Okay. Nehmen wir den Hinton. Genau. Ja. Was? Wieso hat er... Hä? Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Sehr wie komisch. Dahin. Nein, ich will die... Warum macht er das? Ich möchte doch nur auf die Karte gucken. Hä? Warum macht er das? Also dahin weiß ich schon. So. Jetzt hätte ich gerne die Karte. Okay. Okay. Also. Nach rechts. Und dann gleich die nächsten wieder links. Oh, da sind zwei Eingänge. Gib mir die Karte. Ich möchte nicht, dass du einfach weiterläufst. So. Aber dieses sind da zwei. Guck mal hier auf der Karte. Ist bloß... bloß... Einer. Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Ja, klasse. Okay. So ist das gemeint. Aha. So. Und ein zurück geht nicht, ne? Ne. Jetzt startet er wieder ganz von vorn. Ne. Doch. Tut er nicht. Ah. Gut. Okay. Das finde ich gut. Gehen wir in den Hintern. Und dann... Gleich rechts. Und dann... Gerade auch... Was ist das denn hier? Geradeaus. Und dann... Den ersten rechts oder den zweiten rechts? Hä? Muss ich das verstehen? Was ist das hier? Okay. Er steht jetzt hier. Den zweiten. Also. Warte mal. So. Und dann da. Ja. Fertig. Hallo. Freeze, Rascal. I can see you. Ja. So. Why can't ghosts see you in the dark? I'm depressing how little we can actually do. Ja. Allerdings. Uh. Ich muss gucken. So cool. So cool. Okay. Den nehmen wir mal mit. Zack. Sehr gut. Den nehmen wir auch mit. Und hier fehlt noch ein Fleur-de-Lis. Genau. It's locked by a fleur-de-Lis. Wieso steht er hier überhaupt? I should frighten him to death. Ne. So wohl nicht. Hm. Na ja. Aber wieso steht er denn hier überhaupt im Dunkeln rum? Müsste er nicht ein Interesse daran haben? Na ja. Ich weiß nicht. Dass er Licht anmacht, um Dinge zu tun. Was auch immer das sein mag. Yes. So. Und jetzt hier. Frighten him to death. Wollt ihr mal jemanden schreien sehen? Oh. Das geht gar nicht. Info. Oh. Ich muss dir drücken. Okay. Alles klar. Zack. 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 Wie? Das war nichts? Okay. Schade. Verdammt. Ich krieg's nicht richtig hin. Ne. Nee. Oh Mann. Äh. Das geht mir zu schnell. Hilfe. Okay. So. Ich brauch nur irgendeinen erwischen. Okay. So. Okay. So. Puh. Wie jetzt? Das ist alles? Echt jetzt? Das ist alles? Okay. Das ist die Mühe. Ach, das kennen wir doch, ne? The flag blow needs a flag on it. Das nehmen wir erstmal mit hier, ne? So. Du schliefst erstmal schön. Naja. Hm. Okay. Irgendwas können wir da noch machen. Ah, du hast die. Ah. Okay. Ich verstehe. Cool. So. Und jetzt kriegst du das zurück. Nee, kriegt er nicht. Okay. Wir haben die Kugeln rausgenommen. Aber hier. Nee, Moment. Der Round Key kam irgendwo anders hin. Äh. Wo kam denn der Round Key hin? Der kam an das Hotel, ne? Hm. Warte mal. Von der Außenseite. Wieso ist das hier eigentlich so weit weg? Hier. Yeah. Okay. Du bist mein. Und damit gehen wir dann gleich. Damit gehen wir dann an den, äh, an den Lastwagen. Aber gib mir nochmal einen Augenblick, Pause. Bin gleich wieder da. Macht's gut. Ich möchte, dass du dich erinnern kannst, Lucian. Never forget this promise. I swear, by God, or by devil, I'll come back. I'll come back and have my life.